Stell dir vor, du kommst ans Wattenmeer und da triffst du ne ganz heiße Möwe so ne ganz heiße Möwe aus Westerheve und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch dann ist es auch schon so weit ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Speed Festival auf Liquid Ice mit den Rolling Stones und ne Band aus Moskau doch plötzlich ist der Ranger da vom Naturschutzbund und er sagt zu dir, verpiss dich mir aus meinem Revier er will dich nicht, das verstehst du nicht Möwe aus Westerheve das war wirklich schwer ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wär ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nerferein dann muss doch auf die Dauer was zu machen sein ich hoffe, dass die Jungs das nun bald in Ordnung bringen denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein vielleicht auch mal etwas länger vielleicht auch mal etwas enger wir wollen doch einfach nur zusammen sein aber auch noch mal lasst